Basislager, ein Podcast der jungen Alternativen Nordrhein-Westfalen. Heute zu Gast René Springer. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode vom Basislager. Mein Name ist Carlo Clemens, ich bin Landesvorsitzender der JANHW und gemeinsam mit meinem Landesvorstandskollegen Nils Hartwig moderiere ich heute Abend unsere dritte Folge. Und unser heutiger Gast ist René Springer aus Brandenburg. Herzlich willkommen, René. Vielen Dank für die Einladung. René ist Bundestagsabgeordneter, sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales. René Springer ist 1979 in Ostberlin geboren, hat nach seinem Realschulabschluss zur Bundeswehr gegangen, zur Marine, hat sich dort zum Elektroniker ausbilden lassen und hat mit der Marine viele ferne Länder auch bereist und hatte auch 2006, wenn ich richtig recherchiert habe, einen Auslandsaufenthalt in Afghanistan, der wahrscheinlich auch politisch für dich sehr viele Erkenntnisse hervorgerufen hat. Aber da werden wir später auch nochmal drüber sprechen. 2009 hast du die Bundeswehr verlassen und gleichzeitig mit der Bundeswehr hast du auch die SPD verlassen, deine alte Partei sozusagen. Du hast dann nochmal ein Studium der Politikwissenschaft aufgenommen und 2013 die AfD für dich entdeckt. Da warst du dann persönlicher Referent von Alexander Gauland und auch Fraktionsgeschäftsführer der Landtagsfraktion in Brandenburg. Und 2017 bist du in den Bundestag eingezogen und mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wirst du auch dem nächsten Bundestag angehören, denn du bist vor kurzem erst auf Listenplatz 2 der Landesliste von Brandenburg gewählt worden. Das heißt direkt nach deinem ehemaligen Arbeitgeber Alexander Gauland. Und wir können damit rechnen, dass du auch dem nächsten Bundestag angehören wirst. René Springer ist Anfang 40, wohnt in Eberswalde im Landkreis Barnim, ist Vater eines kleinen Kindes, wenn ich das richtig verstanden habe und hat Anfang März gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktion in Brandenburg, Hans-Christoph Berndt und Dennis Hohloch und Jan Hornhoff, dem Landesvorsitzenden der JA Brandenburg, eine gemeinsame Erklärung herausgebracht mit dem Namen Alternative heißt Es geht ganz anders. Da würde ich auch mich freuen, wenn wir da später auch nochmal eine Diskussion führen könnten, was ihr mit dieser Erklärung bezwecken wolltet, inwiefern diese Erklärung auch innerparteilich Dinge richtig rücken wollte und sollte und ja, was ihr euch dabei gedacht habt. Aber jetzt fürs Erste möchte ich an Nils Hartwig abgeben, Ja, danke für die Einleitung, Carlo, danke fürs erhaltene Wort. Ja, Herr Springer, dann von mir auch nochmal schön, dass Sie hier sind. Freut mich, dass wir auch mal über Landesgrenzen diskutieren. Das ist ja durchaus auch nicht immer der Fall, dass das so gut läuft. Gerade so der Ost-West-Konflikt, den gibt es ja durchaus. Carlo hatte ja gerade schon einleitend den Artikel, den Gastartikel in der Sezession erwähnt. Da bin ich auch tatsächlich, muss ich gestehen, das erste Mal auf Sie aufmerksam geworden. Das soll nicht heißen, dass Sie sonst nicht präsent sind, aber ich glaube, jeden Abgeordneten kann man einfach nicht immer im Blick haben. Der Artikel hat mir damals sehr imponiert und ich hätte das gar nicht für möglich gehalten, dass es in Brandenburg auch so ein Statement gibt, was ja durchaus nicht nur von Ihnen mitgetragen wurde, sondern eben auch von Vertretern des Landtags und der Jungen Alternative. Also das scheint ja eine enorme Einheit zu herrschen. Und das wäre auch so das, womit wir anfangen könnten. Wie ist denn das Verhältnis von JA, von Landtagsfraktionen, von den Bundestagsabgeordneten aus Brandenburg? Wie ist das Verhältnis untereinander? Es hört sich ja jetzt erst mal sehr harmonisch an, als dass da alte Gräben zugeschüttet wurden und man jetzt konstruktiv in die Zukunft geht. Ja, also ich will mich gar nicht so lange damit aufhalten, irgendwie zu beschreiben, wie die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren war. Das kann man, glaube ich, zusammenfassen. Sie wäre ausbaufähig gewesen und das bewirrt auch eines der Probleme, das wir in diesem Artikel ja auch angehen, dass es eben Gräben gegeben hat oder dass es auch die Gräben immer noch gibt. Sie sehen heute etwas anders aus, aber es gab eben Konflikte im Landesverband, die nach außen nicht wirklich sichtbar waren, weil eben der Ansatz, die Einheit über alles zu stellen, viele gezwungen hat, sich quasi ins Innere zurückzuziehen und eben nicht über die Probleme zu reden, die man so wahrnimmt. Und ein zentrales Problem war eben, und es ist im Teilen auch heute noch, nicht nur in Brandenburg, sondern darüber hinaus, dass es diese vermeintlichen Lager gibt. Und das ist erstmal eine Sache. Aber die andere Sache, und das ist das Problematische, dass Parteimitglieder diesen Lagern willkürlich zugeordnet werden, und zwar so, wie es gerade passt. Das heißt also, hier in Brandenburg war man halt schnell ein liberaler Lager oder im Meuthenlager. Und im Westen erlebt man genau das Gegenteil, dass man eben schnell irgendwie im Flügellager ist. Und das Problem ist, dass die Mitglieder, die da betroffen waren, und es sind nicht wenige gewesen, dass die sich selber da gar nicht verortet haben und dass sie gemerkt haben, dass hier eigentlich Folgendes versucht wird, nämlich erst jemanden zu stigmatisieren, eben durch diese Zuordnung zu einem Lager und dann quasi konsequent auszugrenzen. Und diese Politik, die reibt uns auf und hat uns aufgerieben. Und in Brandenburg ist das messbar anhand vieler Austritte, die wir seit 2015 beobachten konnten. Und da waren viele gute Leute dabei, die in dieses Spielchen nicht mitmachen wollten, die eigentlich nur Sachpolitik machen wollten, aber gemerkt haben, dass sie zwischen diesen Lagern aufgerieben werden. Und es gibt eine große Gruppe, die aus dieser Vergangenheit gelernt hat und die versucht, einfach Dinge besser zu machen. Das heißt also, dieses Lagerdenken zu überwinden und dieses Motto, was dahinter steht, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich, das zu überwinden und eher auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und dieses Ziel haben wir in dem Beitrag ja auch definiert. Das ist nämlich ein politisches Ziel, das sich gegen den Gegner richtet, und zwar außerhalb der Partei. Das ist, dass wir in Brandenburg, wir haben da andere Voraussetzungen als andere Bundesländer, als andere Landesverbände, dass wir eben all unsere Kraft aufwenden wollen, um die Stärke zu erreichen, die wir brauchen, um die Machtfrage zu stellen. Das heißt also, perspektivisch hier auf Regierungsverantwortung hinzuarbeiten. Damit haben wir ein Ziel definiert und versuchen natürlich hinter diesem Ziel, die früher sich gegenüberstehenden Lager zu einen und alle Kräfte zu bündeln. Ja, interessant. Wir sind natürlich deutlich weiter von eventuellen Regierungsbeteiligungen entfernt in NRW und können die Etablierten dementsprechend natürlich auch ein bisschen weniger jagen als sie im Osten. Aber wir haben natürlich trotzdem auch mit den gleichen innerparteilichen Problemen zu kämpfen. Also unser Landessprecher Rüdiger Lukassen und sein Stellvertreter Matthias Helfrich haben in diesem Zusammenhang auch den Begriff der robusten Mitte durchaus mitgeprägt. Also das ist so zumindest auch meine Meinung eigentlich eine Sache, die viele Mitglieder sich wünschen. Einfach eine robuste Mitte, die durchaus auch rechts ist, aber eben anschlussfähig und vernünftig und eben nicht mehr dieses festgefahrene Lagerdenken, was letzten Endes nur dazu führt, sich gegeneinander gegenseitig aufzureiben und eben die Kräfte nicht da zu bündeln, wo wir sie brauchen, nämlich gegen den politischen Gegner, gegen den politischen Feind einzusetzen, sondern eben im Zweifel immer erst mal gegen die eigenen Leute, um dann den eigenen Vorteil natürlich daraus zu ziehen. Also das wäre selbstverständlich wünschenswert, wenn das auch überall ankommen würde und dementsprechend war, glaube ich, dieser Gastbeitrag in der Sezession auch sehr richtungsweisend und wichtig. Obwohl er nur auf Brandenburg bezogen war, erst mal, wir waren uns natürlich beim Schreiben bewusst, dass die Probleme auch woanders bestehen, aber für uns zentral ist eben auch, dass wir uns stärker besinnen auf unsere eigenen Fähigkeiten, auf die eigenen Ziele. Wir haben eben auch gemerkt, dass es sehr starke wechselseitige Einflussnahmen in der Vergangenheit gab Landesverbands übergreifend. Und hier sagen wir ja auch ganz klar, dass wir dieses Subsidiaritätsprinzip, was wir einfordern auf allen politischen Ebenen, das muss auch innerhalb der Partei gelten. Das heißt, dass rein regierenden Landesverbände, die ihren eigenen Weg finden wollen und vielleicht auch schon gefunden haben, von außen, weil einem irgendwas, irgendeine Person nicht genehm ist oder irgendeine politische Zielsetzung nicht genehm ist, das halten wir für äußerst problematisch. Und das werden wir auch zurückweisen. Und wir setzen eben auch darauf, dass andere quasi sich der Grundidee anschließen, auf die eigene Kräfte besinnen, das Maximale rausholen aus dem Landesverband und externe Einflussnahme auf sich zurückweisen, aber eben auch auf externe Einflussnahme in andere Landesverbände zu verzichten. Ja, richtig. Die Eigenständigkeit der Landesverbände und die eigenständige Ausrichtung, die sollte natürlich gewahrt bleiben, denn das sind ja einfach auch die verschiedenen regionalen Unterschiede, wo es dann einfach auch gar keine gesamtdeutsche Lösung zu jedem Problem geben kann. Das ist nun mal einfach so, weil da verschiedene Faktoren natürlich mit reinspielen. Jetzt hatten Sie ja im Nachgang auch die Listenaufstellung für den Bundestag, wo Sie auf Platz zwei gewählt wurden. Also nochmal herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle, wie ich gehört hatte, hätten Sie fast noch Alexander Gauland drängt. Das ist übertrieben. Die Erzählung ist übertrieben. Genau. Erzählte mir heute ein Mitglied aus Brandenburg, dem ich vorher telefoniert hatte. Jetzt haben Sie da ja auch eine Liste gewählt, die auch nicht, sage ich jetzt mal, weltanschaulich völlig homogen ist. Ist das auch ein Versuch, die verschiedenen, ja man kann es ja durchaus trotzdem Lager nennen, innerhalb des Landesverbandes zu vereinen und zu sagen, bei uns kann jeder mitspielen, der produktiv ist? Nein, das klingt ja so, als könnte man so eine Liste konstruieren. Wir haben ja in Brandenburg hier die Besonderheit, dass wir kein Einzelwahlverfahren haben, sondern ein Gruppenwahlverfahren. Das heißt, alle stellen sich vor, am Ende kriegt man einen Zettel und kann dann Kreuze setzen und der, der die meisten Stimmen hat, liegt vorne. Das ist natürlich, da kann man die Ergebnisse im Grunde ja nicht vorher bestimmen. Es gab, das hat man ja auch der Presse entnehmen können, von Alexander Gauland, den Vorschlag, also als er dann sich das Rückhalts des Landesverbandes versichert hatte in einer Kreisvorsitzendenkonferenz, dass er die Unterstützung hätte, nochmal anzutreten, sagte er in dem Atemzug, dass er sich wünschen würde, dass Springer und Cotré mit dabei sind und bezog sich auf die Sachpolitik. Aber eben natürlich auch war hier das Signal wichtig, dass man eine Brücke schlägt zwischen letztlich Repräsentanten, die man mal irgendwo verortet hat. Und da merkt man schon, dass ich mir das gar nicht zu eigen mache, diese Verortung, die man bei mir regelmäßig vorgenommen hat oder auch bei Steffen Cotré vorgenommen hat. Wir beide wollen, wie viele andere auch, einfach, dass der Landesverband vorankommt und stehen aber trotzdem symbolisch eben für bestimmte Positionen, für bestimmte Strömungen, was auch immer innerhalb der Partei. Und hier ist es wichtig, eben auch durch die Zusammenarbeit und durch das Zusammenkommen, sei es bei Listenausstellungen, sei es bei Vorstandswahlen, eben zu zeigen, dass es hier nicht darum geht, sich wechselseitig irgendwie auszubrenzen, sondern dass es darum geht, zusammenzuarbeiten, auch wenn man vielleicht in Teilen unterschiedliche Standpunkte vertritt. Aber das macht uns ja als AfD auch aus, dass wir ein extrem breites Spektrum von Positionen abdecken. Und ich glaube, das ist auch zukünftig unsere Stärke, das zuzulassen. Aber unsere Stärke wird auch dadurch definiert, dass wir akzeptieren, dass es Parteitagsbeschlüsse gibt und dass man geschlossen hinter diesen Parteitagsbeschlüssen steht und nicht versucht, hinterher irgendwelche Dinge zu relativieren. Ja, richtig. Wo wir gerade bei Zusammenhalt, Zusammenarbeit sind, wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Jung-Alternative in Brandenburg? Jetzt wurde ja der Hannes auch auf Platz 5 bei Ihnen gewählt. Das ist ja für ein J.A.ler schon ein sehr respektables Ergebnis. Also zumindest hier im Westen wird doch um vordere Listenplätze für junge Leute ganz gerne mal extrem gekämpft. Da soll man dann doch lieber schon 3000 Plakate gehangen haben. Und selbst wenn man die dann gehangen hat, dann müssen es trotzdem noch 20 Jahre Berufserfahrung sein. Also das ist durchaus ein bisschen schwierig. Dementsprechend auch da natürlich noch mal ein starkes Ergebnis für die Jung-Alternative, was mich persönlich sehr gefreut hat. Mich hat es auch gefreut. Was die Zusammenarbeit mit der Jung-Alternative angeht, muss man sagen, dass ich sie hier im Landesverband immer als hochgradig aktiv wahrgenommen habe. Gerade wenn es um die Wahlkampfunterstützung geht oder die Vor- und Nachbereitung von Parteitagen. Die Jung-Alternative hat die Parteitagsräumlichkeiten aufgeschlossen und auch wieder abgeschlossen. Und das ist ihr hoch anzurechnen. Aber ich hätte mir in den vergangenen Jahren gewünscht, dass die junge Alternative sich eine größere Eigenständigkeit herausarbeitet, weil man mitunter das Gefühl haben konnte, dass sie, ich will jetzt nicht das Wort steuern verwenden, weil es, glaube ich, zu hart wäre, aber zumindest war sie einer sehr starken Einflussnahme ausgesetzt. Und ich denke, es hätte ihr gut getan, sich aus dieser Einflussnahme zu befreien und diese Autonomie zu entwickeln und auch eigenständig Positionen zu definieren. Ich glaube, dann hätte sie sich mehr Respekt verschafft. Man muss aber dazu sagen, dass ich einen Prozess der Wandlung gerade beobachte, zumindest bei der JA in Brandenburg, weil sie durch die Repräsentanten selbstbewusster auftritt. Also da ist eben auch ein Jan Hornhoff genannt, der ja auch diesen Beitrag mit unterschrieben hat, der eben genau diese Position vertritt, dass eben die JA vielleicht nicht gut beraten ist, sich immer in den Windschatten gerade derer zu stellen, die vielleicht die Mehrheit haben und dort mitzuwirken, sondern tatsächlich eigenständig, selbstbewusst aufzutreten. Da steckt nämlich viel Potenzial und machen wir uns nichts vor. Die junge Alternative von heute, das ist die Parteizukunft von morgen. Ja, das ist so, auf jeden Fall. Ja, das ist doch schon mal auch sehr gut, dass es da ein klares Bekenntnis gibt. Und natürlich sind wir kein Stoßdruck von einzelnen Parteimitgliedern. Schön beschrieben. Da muss man sich breit aufstellen. Ist natürlich dann auch wieder im Prinzip ein Appell an die Mandatsträger, an die Funktionsträger, sich eben auch um die Jugend zu kümmern. Denn wer sich darum kümmert, der ist natürlich da auch angesehen. Und ja, ich glaube, wenn einfach mehr Leute mal mit der Jugend sprechen, das ist bei ihnen sicherlich noch besser als in anderen Landesverbänden, dann stellt man sich auch breiter auf und hat dann auch Sympathien und überwindet dann auch ein gewisses Lagerdenken, wenn man sich kennenlernt und miteinander statt gegeneinander agiert. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Richtig. Und deswegen halte ich dieses Format hier auch für extrem nützlich. Und leider haben wir erst durch Corona erfahren, welche technischen Möglichkeiten es gibt, sich auch über Landesgrenzen hinweg zu vernetzen. Aber das gibt uns eben auch die Chance, wirklich sehr, sehr schnell so einen neuen Kommunikationsraum zu schaffen und die Initiative von Seiten der jungen Alternative, die Mandatsträger einzuladen und nach Positionen zu fragen, vielleicht auch Positionen kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch die Arbeit in den Landtagen oder Bundestag kritisch zu hinterfragen. Das ist etwas, was uns alle, glaube ich, erdet und was uns alle eben auch ein Stück weit zusammenbringt und uns hilft, ein Verständnis füreinander zu entwickeln und ein Verständnis füreinander zu entwickeln, ist die Voraussetzung für Vertrauen und das Vertrauen ist letztlich die Voraussetzung, um mit einer Stimme zu sprechen und in die Schlacht zu gehen. Richtig, gerade wenn man wirklich zu einer gewissen Schicksalsgemeinschaft zusammenwachsen muss, weil man sich eben an einem Punkt befindet, wo es auch nur noch ein Miteinander statt ein Gegeneinander geben kann, um eben unser Land wirklich zu retten und das ist natürlich ganz klar. Dann kommen wir mal ein bisschen zu Ihrer Ausrichtung. Sie waren ja SPD-Mitglied und haben Politikwissenschaften studiert, waren bei der Bundeswehr relativ lange und werden ja zum Beispiel auch in Benedikt-Kaisers Buch, was den solidarischen Patriotismus aufgreift, ja auch rezitiert. Was ist denn so Ihre Idee der Partei? Was ist Ihre Idee der Ausrichtung im Osten? Einfach mal kurz und knapp, wie Sie zu der ganzen Thematik vielleicht stehen. Oder was wollen Sie dazu loswerden? Was wollen Sie dazu loswerden? Ich versuche mal ganz kurz und knapp zu antworten und das knüpft doch nochmal an den Beitrag an. Also dieser Ost-West-Konflikt, der sich ja im Grunde entwickelt hat, das ist, glaube ich, einer, der machtpolitisch ausgenutzt wurde, indem man die unterschiedlichen Wahlerfolge genutzt hat, um gegen Personen zu schießen, denen man unterstellt hat, sie wären vermeintlich nicht hart genug und andere sagen ja wieder, nee, man ist nicht bürgerlich genug. Ich halte diese Debatte auf dieser Ebene für absoluten Unsinn. Was ich glaube, ist, dass wir unterschiedliche Wählerschaften haben und das ist letztlich nicht nur ein Glaube, sondern auch politikwissenschaftlich belebt, dass die Wählerbindung im Osten beispielsweise eine andere ist als im Westen. Wir wissen, dass im Osten das Bildungssystem anders funktioniert hat als im Westen. Im Westen, der Individualismus der 68er viel stärker wirken konnte. Und ein weiterer Unterschied ist eben auch, dass man hier mit der Wende politisch auch ein Versprechen abgegeben hat, blühende Landschaften, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt. Das ist das, was man den Ostdeutschen versprochen hat. Und nun, 30 Jahre später, fallen viele Dinge zusammen. Zum einen sind die blühenden Landschaften für viele einfach nicht da. Also wenn man sich den Anteil der Menschen im Niedriglohnsektor anschaut, da kann man nicht von einer Region reden, in der es sich zu arbeiten lohnt. Es lohnt sich schlichtweg nicht. Hartz IV-Empfang wäre oftmals die klügere Alternative hier. Wir erleben, dass diejenigen, die im Osten sozialisiert sind, jetzt sich umschauen und feststellen, Moment mal, das ist ja wie früher. Der Inlandsgeheimdienst spioniert Leuten nach. Man wird von Nachbarn quasi irgendwie verraten bei Behörden. Jetzt gerade in den Corona-Zeiten fällt das auf. Man schaltet den Fernseher ein und wird nur belogen. Und da kommen Erinnerungen hoch. Und durch diesen geringen Grad der Wählerbindung ist man auch eher geneigt, sich einer neuen Partei anzuschließen. Und das erklärt, glaube ich, die starke Unterstützung für die AfD. Und diese Bedingungen gibt es im Westen einfach nicht. Und wenn man erst mal das zugrunde legt und feststellt, es gibt diese unterschiedlichen Wählerschaften, dann liegt der Schluss nahe, dass unterschiedliche Wählerschaften auch unterschiedliche Wähleransprachen brauchen. Und das erklärt eben auch, warum der Ton hier vielleicht manchmal ein bisschen robuster ist. Das liegt daran, dass es eben an der Basis hier rumort ist. Also wenn ich mich mit meinen Nachbarn unterhalte, ich könnte die Sätze hier nicht zitieren. Also da müsstet ihr alles wegpiepen. Und das muss man immer zur Kenntnis nehmen und muss ein Verständnis füreinander entwickeln. Das heißt, ich erwarte, dass man aus der westlichen Perspektive ein Verständnis dafür entwickelt, für eine etwas andere Wählerschaft hier im Osten. Aber genauso müssen wir im Osten ein Verständnis dafür aufbringen, dass man mit der Rhetorik, die hier vorherrscht und auch mit den politischen Zielen, im Westen nicht weit käme. Und da liegt für mich ein Schluss nahe. Und das ist, dass wir A, zusammengehören und B, schauen müssen, wenn wir eine bestimmte Zielsetzung haben, wie können wir die trotz dieser Unterschiede erreichen. Und da ist ganz klar, wir müssen hier im Osten unsere Kräfte nutzen, um in die Regierungsverantwortung zu kommen. Das ist angesichts der Wahlergebnisse, die wir schon hatten, jetzt keine übertriebene Zielsetzung. Und dass wir dann quasi hier politisch zeigen, dass wir doch Dinge verändern können. Und das ist halt auf Landesebene möglich. Man kann ein Bildungssystem aufrollen. Das ist Ländersache. Man kann Rundfunkstaatsverträge kündigen. Das ist Ländersache. Man kann die Zuwanderung begrenzen als Land. So wie Städte sagen, ich nehme keinen mehr auf, kann auch ein Land sagen, ich nehme keinen mehr auf. Und all das zeigt eben die Wirksamkeit der AfD. Und ich glaube, dass das dann wiederum Effekte haben kann auf die Wahrnehmung der AfD im Westen. Ich denke, so sollte man an die ganze Sache rangehen. Und jetzt überlege ich, ob ich die Frage damit beantwortet habe. Ach so, wo sehe ich die AfD? Im Grunde habe ich sie schon ein Stück weit beantwortet. Jetzt kann man die Frage auch inhaltlich natürlich beantworten. Aber da würde ich sagen, weil das denn, das würde zu weit führen, würde ich lieber auf konkrete Nachfragen dann antworten wollen, was Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik beispielsweise angeht. Richtig. Ja, das machen wir gleich noch. Im Prinzip sind wir da ja auch wieder, haben wir jetzt auch wieder den föderalen Gedanken aufgegriffen, der eben ja einfach wichtig ist, dass die Partei sich da eben die Eigenständigkeit bewahrt, weil eben nicht alles selbst ist, alles gleich ist. Jetzt ist es ja so, dass im Osten ja, das hatten Sie ja gerade auch schon gesagt, eine gewisse Skepsis gegenüber der Politik ist sowieso immer vorhanden. Eine gewisse Skepsis gegenüber Parteien auch. Also Sie haben ja unglaubliche Wahlergebnisse, aber ja relativ wenig Mitglieder vergleichsweise. Wie kriegt man das hin, die Leute längerfristig an die Partei zu binden? Müssen wir einfach viel mehr auf der Straße präsent sein? Müssen wir mehr Demonstrationen machen? Müssen wir mehr Flyer verteilen oder müssen wir mehr Infostände machen? Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, gemessen an der Bevölkerung haben wir doch einen recht hohen Anteil an Mitgliedern. Das müsste man nochmal rausfinden. Aber wir haben in Brandenburg beispielsweise 2,2 bis 2,4 Millionen Einwohner. Und ich muss gerade überlegen, in welchem Jahr ich da bin, aber ich denke, aktuell so 2,4 Millionen könnte hinkommen. Und ich glaube, 1.500 Mitglieder, wenn man da die Quotienten berechnet. Ich glaube, da stehen wir besser da als NRW. Also insofern würde ich jetzt die These nicht stützen, dass wir hier schwächer aufgestellt sind, wenn es um die Mitgliedschaft geht. Aber die Frage, was man tun muss, um Wähler an sich zu binden und auch Mitglieder an sich zu binden, das ist ja nochmal eine, die ist getrennt davon zu betrachten. Ich glaube, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich nach meiner SPD-Mitgliedschaft 2009 ja nicht irgendwie eine andere Partei getingelt bin, sondern ich bin halt überzeugt da nicht Wähler geworden. Ich hatte das Vertrauen verloren. Ich habe auch im Parteien-Spektrum keine Partei mehr gesehen, der ich das Vertrauen hätte schenken wollen. Und was hat mich damals so enttäuscht? Das ist ständig leere Wahlversprechen, irgendwelche Bratzen auf den politischen Bühnen, denen ich einfach nicht mehr glauben konnte. Das ist sicherlich auch verschiedenen Erfahrungen geschuldet gewesen, die ich politisch gemacht habe. Da würde ich gar nicht so tief einsteigen. Aber ich denke, die Wähler erwarten politisch handlungsfähige Akteure, die glaubwürdig sind, die vertrauenswürdig sind und die vor allem Probleme lösen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir als Alternative für Deutschland haben ein richtig fettes Programm, ein richtig gutes Programm, eine gute Programmatik. Wir haben gute Ansätze und Ideen, auch auf den Meta-Ebenen, die nicht in der Programmatik verankert sind. Und die Menschen, die uns wählen, erwarten eben nicht nur, dass wir irgendwas im Programm zu stehen haben, sondern sie erwarten, dass wir das Programm umsetzen. Und das ist das einzige Mittel, was uns hilft, dauerhaft Wähler zu sichern. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, absolut. Dann schneiden wir das mit dem Konzent nämlich gleich einfach raus. Richtig, das hat sich ja sehr viel geändert. Das ist schon mal gut. Und ja, das greift ja auch so ein bisschen diese Nicht-Wähler-Debatte auf, die jetzt auch gerade von Benedikt Kaiser auch in Sessionen viel geführt wurde, dass wir eben auch unsere Wähler verlieren, eben wieder ins Nicht-Wählermilieu und nicht genau erreichen können. Aber die Leute, die wir eben an die CDU, an die FDP verlieren, das ist oftmals dermaßen marginal. Und ich glaube, das wird im Osten sowieso noch marginaler sein. Also da wird man wahrscheinlich kaum Leute daran verlieren. Und man muss sich da natürlich dann um die Nicht-Wähler kümmern und schauen, dass man sie vor allem auch bei der Stange hält mit natürlich kleinen Erfolgen, die man dann feiert mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit und einfach vor Ort sein. Das ist, glaube ich, auch enorm wichtig. Und das machen sie ja im Osten da auch, ja, gerade auch, was so diese Demonstrationskultur angeht. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Gut, bei uns im Westen ist dann das Publikum oftmals etwas, ja, interessanter, was dann daran teilnimmt. Aber ja, da sind dann eben wieder die regionalen Unterschiede, wieder ins Spiel. Ja, aber ich würde da nochmal drauf eingehen wollen, weil, also ich meine, die Bespaßung, die ist wichtig. Keine Frage. Aber ich denke, dass viele Wähler, die in Rheinland-Pfalz eben wieder zu den Nicht-Wählern gewechselt sind oder auch in Baden-Württemberg, dass die eben vorher eine Hoffnung hatten und zwar, dass da eine Partei auftritt, die also nicht nur auf Putz haut und das zum Ausdruck bringt, was viele rumtreibt und die Wut auch quasi in die Parlamente trägt und dort ja transformiert in eine politisch wirksame Arbeit und dann schauen sich die Leute um vier, fünf Jahre und stellen fest, dass viele Probleme eben nicht gelöst wurden, trotz der Anwesenheit der krawallig auftretenden AfD. Im Gegenteil, dass sogar noch Probleme hinzugekommen sind. Und wenn ich jetzt mich in die Wählerperspektive hineinversetze und dann feststelle, okay, da gibt es eine Partei, also die hat hier das und das im Programm, finde ich gut, aber ist nicht in der Lage, das umzusetzen, so die anderen Parteien sind die Verursacher der Probleme, die man eigentlich lösen wollte, dann bleibt eigentlich nur noch ein Weg und das ist der Weg in die Nichtwiderschaft und das halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung und ich glaube, dass es einmal mehr auch Ansporn für uns hier im Osten sein muss, so schnell es nur geht, die politische Handlungsfähigkeit herzustellen und das heißt eben nicht so schnell es geht, jetzt sich um jemandem anzudienen, das ist damit nicht gemeint, sondern so schnell es geht, sich in die Position zu bringen, die versprochenen politischen Ziele auch umzusetzen und wir haben diese breite Palette, ich habe das angesprochen, aber wenn wir es schaffen zu zeigen, dass wir eben die Rundfunkstaatsvertreter kündigen können oder die Zuwanderung begrenzen können, das sind das alles Dinge, die zeigen, dass wir eine gewisse Selbstwirksamkeit haben und das wiederum, das schafft eben Hoffnung auch bei Wählern und ich denke, dass darüber dann auch die Zustimmung zu auf die auch steigen wird. Ja, absolut, politische Ziele umsetzen, klar und gleichzeitig natürlich auch mit Disziplin dabei bleiben. Ja. Natürlich Fraktionen nicht zerfallen, da dürfen Leute dann nicht den eigenen Weg gehen und gute Kampagnen durch destruktive Aktionen dann natürlich zerstören, das ist natürlich wichtig. Klar, also man kann auch ruhig hart bei der Sache sein, aber das Ganze eben dann auch konstruktiv auf eine anschlussfähige und gute Art und Weise mit Disziplin rüberbringen. Jetzt hatten wir ja gerade schon so ein bisschen über Ihre soziale Ausrichtung gesprochen und dann kommt mir noch eine Sache in den Sinn und zwar haben Sie ja mal ein Staatsbürgergeld gefordert. Was genau verstehen Sie darunter und was versprechen Sie sich vor allem darunter? Ja, es gibt eine Broschüre, die kann sich auch jeder auf der Seite www.staatsbürgergeld anschauen, runterladen, da gibt es auch ein paar Videos. Was war die Idee dahinter? Ich bin davon überzeugt, dass unser Wirtschaftssystem und unser Sozialsystem in der Komplexitätsfalle stecken, würde ich es mal nennen. Das heißt also, jeder Versuch mit irgendwelchen Stellschrauben hier noch irgendwas zu retten, vergrößert die Probleme, die wir schon haben und das lässt sich ja im Grunde auch nachweisen, allein dadurch, dass die Ausgaben für beispielsweise Sozialleistungen in den letzten Jahren noch mal weiter angestiegen sind, aber eben genauso Armutsquoten, sei es bei Rentnern, sei es bei Kindern und da muss man ja irgendwann erkennen, dass die, das, was man politisch getan hat in den vergangenen Jahren, offenbar nicht zur Lösung geführt hat und das zwingt einem die Frage auf, bei mir hat sich die Frage aufgedrängt, kann man dieses System in Systemreformen überhaupt noch retten und ich bin davon überzeugt, dass das nicht möglich ist und kann das auch später gern noch mit einigen Fakten belegen, warum, also warum das vermutlich ausgeschlossen ist und dann stellt sich doch immer die Frage, was ist denn eine Systemalternative und da habe ich mich eben in die Thematik eingegraben und kam für mich zur Erkenntnis, dass das System der negativen Einkommenssteuer als, ja, als Reformansatz oder Systemerneuerungsansatz eigentlich, dass das wäre, was wir verfolgen sollten als AfD, weil es uns auf allen Ebenen entgegenkommt, das heißt also, wenn man sich unsere Programmatik anschaut und die ideologische Ebene dahinter und wenn man sich anschaut, was mit der negativen Einkommenssteuer möglich ist, wir könnten all die Probleme, die Lösungsansätze, die wir versprechen in unserer Programmatik lösen mit dieser negativen Einkommenssteuer, da gibt es später vielleicht noch Fragen, dann kann ich das auch nochmal beschreiben, aber ich habe das einfach umgetauft in Staatsbürgergeld, denn die negative Einkommenssteuer, das ist im Grunde eine Art Grundsicherung, Grundeinkommen, das allerdings eben über eine Steuer ausbezahlt wird und der Vorteil dieses Systems ist eben, dass auf der einen Seite das gesamte Steuersystem, was eben hyperkomplex geworden ist, reduziert wird, es wird ein sehr, sehr einfaches Steuersystem und in diesem Steuersystem drin steckt quasi schon die Sozialhilfe, das Sozialhilfesystem, das heißt, die Verzahnung von Wirtschafts-, von Steuerpolitik und Sozialpolitik, die hat halt seinen Charme, weil es alles extrem einfach und verständlich zu leisten ist, das heißt, das System kann man recht schnell verstehen im Vergleich zu dem heutigen Sozialsystem und es hat unheimlich viele Vorteile, erfüllt fast alle Kriterien, die wir in unserem Programm als Maßstab angelegt haben für gute Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das war jetzt sehr kurz. Ja, interessant, da werden sich garantiert später noch Rückfragen zu ergeben, dann kann man das nochmal aufgreifen. Ich hatte auch gesehen, Sie waren bei Maischberger zu Gast und haben da auch mit Frau... Hart aber fair. Hart aber fair, genau, hart aber fair war das, stimmt, genau, und haben da auch mit Frau Kipping eigentlich mal ganz, ja, das war durchaus relativ produktiv. Wie sehen Sie denn das Potenzial jetzt so im Osten? Also die Linkspartei entwickelt sich ja immer mehr zu einer Klientelpartei. Also im Endeffekt wirklich linke Wähler werden eigentlich enttäuscht, weil es zunehmend weniger um soziale Gerechtigkeit geht, sondern eigentlich immer mehr um das Rufieren von Migranten, um unbegrenzte Migration, um sexuelle Orientierung jeglicher Couleur, die dann salonfähig gemacht werden will. Also ist das durch... Gibt es... Wird es irgendwann eine Zusammenarbeit vielleicht sogar geben oder ist es einfach so, dass wir gucken müssen, dass wir die Linkswähler, die noch die Linke wählen, probieren, durch soziale Aspekte zu uns zu holen? Oder wie ist da der Ansatz? Ja, also ich denke, das Ziel muss es sein, grundsätzlich Wähler aus allen politischen Lagern zu gewinnen, nicht nur von den Linken, auch von der CDU, FDP. Also wenn man den Anspruch hat, Volkspartei zu sein, dann muss man automatisch, dann geht damit einher, dass man versucht, auch in allen politischen Lagern zu bildern und zu überzeugen mit seinen Positionen. Ich persönlich sage, den Linken hier im Osten jetzt, würde ich so sagen, nicht die glorreiche Zukunft voraus, denn die Linke hat sich in eine Dilemmasituation gebracht, die sie im Grunde nicht mehr auflösen kann, ohne sich nicht selber zu zerlegen. Sie hat sich von einer ursprünglich auch in Teilen globalisierungskritischen Partei im Grunde zu einer Partei gewandelt, die die Verwerfung der Globalisierung mehr oder weniger mittragen muss, die vor allem mit einhergehen, beispielsweise mit einer ungesteuerten Migration. Ich meine, die Linken sind die, die auf den Straßen stehen und gegen Demonstrationen anmelden, wenn wir sagen, wir wollen Zuwanderung steuern und begrenzen und die sagen, nee, kommt mal alle her hier. Das Problem ist nur, dass sie sich damit zum Steigbügelhalter machen für wirtschaftliche Interessen. Und die Linke hätte eine Chance, wenn sie quasi auf ein nationaleres Profil umsteigen würde, aber dann hätte sie noch ein größeres Problem als die AfD, weil sie denn den Parteibezeichnungen nach nationalsozialistisch wäre. Also wird sie diesen Weg wahrscheinlich nicht einschlagen, weil sie auch weiß, was dann auf sie zukommt. Sie werden also weiter ihr emanzipatorisches Programm tragen, womit sie sich zu Steigbügelhaltern letztlich einer globalistischen Politik gemacht hat. Und wir sind ja im Grunde das Gegenprogramm. Wir erkennen ja die Verwerfungen, die sich aus der Globalisierung ergeben haben und berufen uns ja gerade deshalb eben auf starke Nationalstaatlichkeit, weil wir wissen, der Nationalstaat ist das eigentlich das einzig handlungsfähige Subjekt, in dem auch Demokratie sich verwirklichen lässt. Und das heißt, wir sind meines Erachtens in einer Welt neuer politischer Konfliktlinien. Früher waren das eben linke und rechte Parteien. Die zukünftigen Konfliktlinien werden wahrscheinlich eher sein, globalistische Parteien gegen globalisierungskritische Parteien. Und das ist eben unsere neue, also denke ich, dass das unsere neue Selbstverordnung sein sollte. Und wenn man sich unser Programm anschaut, da steht zwar so nicht drin, aber alles, das gesamte Programm atmet den Geist einer globalisierungskritischen Partei. Wir versuchen all das zurückzudrehen, was uns durch die Globalisierung genommen wurde. Es fängt bei Sprache, Heimat, Identität an und hört im Grunde bei sicheren Grenzen und kontrollierter Zuwanderung auf. Richtig. Also allein die Forderung nach einem starken Nationalstaat ist ja schon im Prinzip anti-global. Also das steckt ja schon automatisch mit drin. Das ist ganz klar. Wo wir jetzt bei einer gewissen Globalismuskritik sind, kann man auch eigentlich schön aufs nächste Thema übergleiten. Also so Netz-DG-Anti-Hass-Rede war ja sowieso in letzter Zeit relativ omnipräsent. jetzt hat es ja vor einiger Zeit Visa diverse Leute und Kanäle aus dem politischen Vorfeld erwischt, die dann gelöscht wurden von den großen Tech-Konzernen. Ich weiß, dass es auch schon Streitigkeiten mit Twitter gab, auch von der AfD und auch mit YouTube, dass Videos gelöscht wurden. Roger Beckham aus NRW wurde auch mal bei Instagram gelöscht. Die Marie-Thérèse Kaiser hat das erwischt. Also da gibt es ja durchaus diverse Fälle. Jetzt hatte ja die Bundestagsfraktion dazu ein Statement abgegeben, eine Presseerklärung, was ja doch ziemlich, ich nenne es mal, devot war. Sie hatten ja dann ein ganz gutes Video dazu veröffentlicht, was sich ja, ja was so ein bisschen auch den Kern des ganzen Problems dargestellt hat, dass natürlich diese Tech-Konzerne auch eigene Interessen verfolgen. Also das ist ja ganz klar. Vielleicht können Sie da einfach noch mal ein paar Worte zu sagen, wie Sie das so einschätzen. Ja, also das Statement, auf das Sie da anspielen, das ist ja kein öffentliches, sondern das war eine interne E-Mail, eine Info-Mail, das eben ein Video gelöscht wurde und dann gab es da den Schlusssatz, ja, dass man auch weiterhin gut mit das, also die Regierung schuld ist und man wolle doch weiterhin gut mit den Tech-Konzernen zusammenarbeiten. Als ich das gelesen habe, war ich auch kurz irritiert, war aber froh, dass es eben keine Pressemitteilung war, nun hat es aber auch trotzdem die Runde gemacht. Also ich halte das für, ja, also das trifft halt nicht den Kern des Problems und das eigentliche Problem ist, dass wir hier im Grunde Unternehmen haben mit einer riesigen Marktmacht, die tun und lassen können, was sie wollen, die sich aber bisweilen auch in den Dienst nationaler Regierungen stellen. Und da gibt es halt zwei schöne Fälle. In Australien hat man ja gesehen, dass sie sich gerade nicht in den Dienst der Region gestellt haben, sondern im Grunde gibt es da sehr unterschiedliche Interessen und ein Gegeneinander. Aber in Deutschland kann man eben beobachten, dass es eben auch ein Miteinander gibt, dass das Löschen von Inhalten, gerade wenn es die Opposition betrifft, ja durchaus im Interesse der Regierenden ist, aber es ist eben auch im Interesse der globalen Konzerne, wenn es sich gegen eine Opposition richtet, die eher ein national ausgerichtetes oder nationaleres Programm hat. Denn wenn wir uns diese, wenn wir in der Entwicklung mal weiterspinnen, stellt sich doch irgendwann die Frage, wie besteuern wir eigentlich diese Konzerne? So, da ist schon das Wort Steuer drin, kein Konzern möchte besteuert werden. Und wenn diese Debatte geführt wird, dann, und man hat eben einen starken politischen Gegner wie die AfD, dann würde jeder politische Berater eines Großkonzerns sagen, also dann versuchen wir mal hier unseren politischen Nutzen durchzusetzen und entwickeln Compliance-Richtlinien und Kommunikationsrichtlinien. Viele Videos, die gesperrt werden, werden ja nicht aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gesperrt, sondern aufgrund der eigenen Regeln, die die Konzerne veröffentlicht haben. Und das, was wir hier erleben, ist meines Erachtens der Anfang einer Entwicklung, die, ich weiß nicht, wo sie hinführen wird, ob wir irgendwann über ein nationales Facebook oder was nachdenken, das ist schwer vorstellbar, das zu antizipieren. Aber ich glaube, dass diese Konflikte noch sehr stark zunehmen werden, weil eben die Macht dieser Unternehmen auch so groß ist. Sie können ja im Grunde durch die Auswahl der Inhalte, also sie entscheiden darüber, wer bei wem wo was eingeblendet wird, darüber kann man Politik machen, darüber kann man Meinungen bilden und Einstellungen verändern. Ich brauche nur die Hälfte der Wirklichkeit weglassen, so wie der Staatsfunk das in Deutschland macht, wenn das die sozialen Netzwerke auch systematisch machen, dann entsteht eine ganz andere politische Haltung in einer Gesellschaft, als wenn man einen Diskurs hätte, der alle Meinungen mit abbilden würde. Also da sehe ich uns noch in eine sehr, sehr schwierige Zeit gehen. Ja, richtig, da gibt es ja auch einfach noch nicht das Prinzip, wie wir jetzt weitermachen können. Es ist durchaus schwierig, weil gerade so diese Einfluss auf die öffentliche Meinung wird ja schon ganz extrem auch durch die Tech-Unternehmen gemacht, indem sie halt dann die Reichweite runterschrauben und non-konforme Seiten dann plötzlich nicht mehr gesehen werden. Also die greifen ja schon extrem darauf ein und beeinflussen so natürlich die politische Willensbildung und jeden, der irgendwie in diesen Netzwerken unterwegs ist. Also das ist natürlich ganz klar. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch und Carlo, danke auch. wieder dran. Ja, vielen Dank erstmal Nils für deine Gesprächsführung und danke schon mal an dich, René. Meine erste Frage bezieht sich auf das hier, was wir vor einigen Tagen oder Wochen nach Hause geschickt bekommen haben, das Konzept zur Sozialpolitik des 11. Bundesparteitags der AfD in Kalkar vom November 2020, ich weiß, in Kalkar, da haben wir sogar kurz gequatscht mal beim Kaffee und das war aber noch bevor dein Staatsbürgergeld abgeräumt wurde, da warst du noch ganz hoffnungsvoll. Jetzt ist das nicht reingekommen, was sagst du trotzdem zu dem, zum offiziellen Sozialkonzept der AfD? Ja, zunächst mal zu deiner Frage, das Sozialkonzept und dass ja da meine Idee nicht reingekommen ist, das hast du richtig beobachtet, ja, Albrecht Glaser hat alles in eine Waagschale gelegt und inklusive Frau sich dafür, also Ehefrau dafür eingesetzt, dass der Top nicht behandelt wird. Das war vielleicht auch ganz gut so, denn ich habe auch an dem Tag des Parteitags schon gemerkt, dass es, obwohl es ein Sozialparteitag war, wenig Interesse gab, sich mit Punkten inhaltlich auseinanderzusetzen, da wurden ja sehr viele Tops abgeräumt, das war eben einer von vielen und ich habe ja gerade gesagt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, weil es mir auch die Möglichkeit gibt, weiter für die Idee zu werben und eben auch weiter Stakeholder zu gewinnen. Ich hatte zwar eine große Unterstützung, ihr wisst, dass die beiden Bundesvorsitzenden den Antrag mit unterstützt haben und auch die Leiter der zuständigen Bundesfachausschüsse, nämlich drei und elf, also Finanzen und Soziales, aber Albrecht Glaser als Chef der Bundesprogrammkommission hatte halt einen dezidiert anderen Standpunkt und wir sind vorher nicht zusammengekommen und auf dem Parteitag ist halt das Ergebnis entstanden. Ich bin aber nicht traurig darüber, denn unsere DNA, unsere Wirtschafts- und Sozialpolitik geht ohnehin in die Richtung. Wenn man sich nämlich mal unser Grundsatzprogramm anschaut, da gibt es die aktivierende Grundsicherung und wenn man sich da die Konzeptpapiere anschaut, die damals zu diesem Beschluss geführt haben, die kamen aus dem BFA 3 und da stellt man fest, dass dort auch schon die negative Einkommenssteuer quasi verankert ist, aber eben nur für letztlich Arbeitslose und Ausländer und das halte ich für ein Problem. Die Stärke der negativen Einkommenssteuer, die negative Einkommenssteuer hat halt gerade dann die Stärke, wenn sie angewendet wird auf alle Einkommensempfänger, weil sie nämlich eine extrem entlastende Wirkung hat und zwar nicht in Form eines Steuerfreibetrags, wo man also im Grunde ja nur für einen bestimmten Teil seines Einkommens keine Steuern zahlt, sondern negative Einkommenssteuer heißt, ich bekomme gerade im niedrigen Einkommensbereich erstmal sogar eine Steuer gezahlt vom Staat. Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, ich habe kein Einkommen, in meinem Modell würde man 500 Euro vom Staat als Steuer bekommen, was man jetzt auch bekäme über einen aufwendigen Prozess bei der Bundesagentur für Arbeiter, würde man es als Sozialleistung bekommen. In meinem Modell ist es halt integriert in das Steuersystem und wenn ich dann ein Einkommen habe, das Einkommen steigt, dann wird quasi die Steuern, werden die Steuern, die ich zu entrichten habe, verrechnet mit diesem Steuerbonus, den ich im Vorfeld bekommen habe. Und das ist eben die große Stärke, die ich in diesem Modell sehe. Und das Interessante ist ja, dass in den USA und in den Nixon, das in den 60er, 70er Jahren auch erprobt wurde, man hat dann nicht das gesamte Modell übernommen, weil man im Kongress keine Mehrheit dafür hatte, aber man hat heute für Familien dieses Modell, also ein System der negativen Einkommenssteuer und für zur Bekämpfung der Altersarmut. Und wenn ich mir anschaue, dass in Finnland man eine neue Abprobung starten möchte mit der negativen Einkommenssteuer und auch in, ich glaube, in Kanada, dann stimmt mich das Hoffnungsfroh, dass wir hier auf einem richtigen, oder dass die Unterstützer, ich bin ja nicht allein, der da hinter diesem Papier steht, sondern dass wir als Unterstützer uns da auf einem richtigen Weg sehen und weiter dafür werben. Ich glaube, dass unsere Politik, weil du ja Angst hast oder weil du ja fragtest, wie kann man sich positionieren, ohne böser Kapitalist zu sein oder böser Sozialist zu sein und ich glaube, die goldene Mitte ist hier die richtige, nämlich als Globalisierungskritiker oder Globalisierungsgegner, wie auch immer man das definieren möchte, sind wir quasi national, marktwirtschaftlich orientiert, wenden uns aber zugleich gegen die wirtschaftspolitischen Exzesse, die sich aus der Globalisierung von Wirtschaftsprozessen ergeben. Also man kann quasi, man kann sich treu bleiben, man muss weder brutaler Kapitalist werden noch Sozialist, sondern in der Globalisierungskritik liegt die Antwort und da liegt auch die Antwort, mit der wir meines Erachtens sehr viele Linke gewinnen können und interessanterweise auch Grüne, denn die Grünen waren mal stark, oder alle kennen Attac, sagen wir es mal so, und Attac hatte mal einen guten Ruf, Attac ist eine dezidiert globalisierungskritische Organisation, man muss aber jetzt feststellen, dass die Grünen im Grunde sich auf die Seite der Globalisierer geschlagen haben und das muss man halt für uns nutzen, das ist unsere Chance aus allen politischen Spektren meines Erachtens, die Wähler zu gewinnen und wer sind diese Wähler? Das sind nicht die kleinen Leute, sondern das sind Globalisierungsverlierer und das sind eben beispielsweise auch Unternehmen, die dem Mittelstand zuzurechnen sind, denn der Mittelstand leidet stark unter einer starken Regulierungswut, die aus Brüssel kommt, die Konzerne bevorteilt, aber eben kleine Unternehmen benachteiligt und wenn wir uns heute in den Innenstädten umgucken, dann stellen wir fest, welche Unternehmen sterben denn da aus? Das sind eben, das sind ja kleine Einzelhandel und wer profitiert? Das ist eben der globale Konzern Amazon oder andere Logistik und Verkaufsriesen. Das heißt also, nicht nur der kleine Mann, sondern eben auch der Einzelhändler aus unserer Innenstadt, der ist zukünftig jemand, der ein Interesse haben dürfte, uns zu wählen, weil wir wunde Abhilfe schaffen können, für den sein Problem, nämlich eine Wettbewerbssituation, in der er schlichtweg nicht bestehen kann. Und genauso stehen wir auf die Seite derer, die, ich sage mal, auch ein gutes Einkommen haben, beispielsweise in produzierenden Gewerbe oder in anderen Branchen tätig sind und zusehen, wie Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden und hier bereit sind, denselben Job für 1.000, 1.500 Euro weniger im Monat zu machen. Das heißt, wir reden hier auch von Gutverdienern, die 5.000, 6.000 Euro im Monat verdienen. Auch die haben kein Interesse daran, dass jemand kommt, der eben hier zu einer unfairen Wettbewerbssituation führt, wo der Deutsche eben das Nachsehen hat. Also ich fasse das mal zusammen. Die Klammer, die die AfD zusammenhalten soll, sowohl in Ost und West, ist, dass wir eine antiglobalistische Partei sind. Also wenn man das herunterrechnet, man kann trotzdem, sagen wir mal, eher Konzepte nachgehen oder eine Programmatik, eine Stoßrichtung haben. die einen betonen dann vielleicht mehr die soziale Marktwirtschaft, die anderen betonen mehr den solidarischen Patriotismus, um jetzt mal ein Schlagwort zu verwenden, das jetzt aktuell in der internen Debatte auch immer wieder fällt, durch Benedikt Kaiser. Aber was quasi der Bogen ist, der das alles zusammenhält, das ist die Kritik, die grundsätzliche Kritik an der Globalisierung und das Festhalten an Nation und Volk und dass wir das bewahren wollen und nicht wollen, dass das aufgeht in eine One World, genau, Free Trade und freie Bewegung von allem, was es gibt, Kapital, Menschen, Dienstleistungen, Arbeit. Wenn ich das richtig zusammengefasst und verstanden habe. Ja, so würde ich das auch sehen. Also ich und ich glaube, das ist auch nichts, was wir jetzt hier heute Abend erfinden müssen. Nochmal, wenn man sich das Grundsatzprogramm und die Programmatik anschaut, dann stellt man fest, dass all das, was wir politisch fordern, ohne dass es konkrete Bezüge aufweist zur Globalisierung, durch die Folgen der Globalisierung verursacht wurde und wir versuchen, den Schaden irgendwie zu minimieren mit unserer Programmatik. Und ich glaube, dass wir es einfach verpasst haben, auch früh unsere Programmatik entsprechend zu benennen. Also dass man dem insgesamt ein Label gibt und sagt, ja, das ist hier eine dezidiert globalisierungskritische Position. Ich würde noch nicht von globalisierungsfeindlich sprechen, weil ich glaube, dass das komplette Ablegen der Globalisierung wäre meines Achtens wahrscheinlich zu weltfremd. Und das hat ja auch durchaus einige positive Aspekte. Also ohne Globalisierung könnte man auch transnational keinen Terrorismus bekämpfen oder organisierte Kriminalität bekämpfen. Also eine gewisse Form der internationalen Zusammenarbeit, die muss es schon geben. Aber es gibt eben Verwerfungen, die sich aus der Globalisierung ergeben haben. Und diese Verwerfungen, da muss man nach den Ursachen fragen. Und eine Ursache, beispielsweise im europäischen Raum, ist halt ein Regime ohne Grenzen. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Rumänen und Burganen nach Deutschland kommen und hier massenhaft in der Fleischindustrie arbeiten oder in der Logistikbranche arbeiten. Und wir uns dann über Lohndumping aufregen und zuletzt darüber aufregen, dass Deutsche diesen Job nicht mehr machen und stattdessen Hartz IV beziehen, was viel zweckrationaler ist, weil ich halt fürs wenig und nichts tun im Grunde am Ende dasselbe auf dem Konto habe. Also diese Zusammenhänge mal zu erkennen und zu benennen und zu sagen, dass das nicht gut gehen kann, wenn man das weiter treibt, das sollte unsere Aufgabe sein. Dankeschön. Droht der CDU der Niedergang wie den italienischen Christdemokraten in den 90er Jahren? Folgt also der Bruch der selbsternannten Mitte CDU, die uns wiederum gefährlich werden könnte, wenn diese ihren Konservatismus wiederentdeckt? Also die CDU wird, das ist eine gute Frage, denn vielleicht wird die CDU dieser italienischen konservativen Partei folgen, ich würde sagen, sie folgt vielmehr der SPD in den Abgrund. Ich denke, dass die CDU dasselbe Schicksal eilen wird. Ich merke das auch in den Ausschusssitzungen, dass da, wo keine Kamera dabei ist, hört man ja doch mal Zwischentöne, die man so im Plenum nicht hört. Und es gibt schon eine innere Zerrissenheit, beispielsweise, was die Europäische Union angeht. Da haben einige CDU-Abgeordnete ein sehr unwohliges Gefühl dabei, dass uns immer mehr Kompetenzen genommen werden und dass die nationale Handlungsfähigkeit quasi abhanden kommt. Und andere CDU-Politiker haben damit scheinbar überhaupt kein Problem und rufen nach immer mehr Europa, unterstützen zumindest den Kurs der weiteren europäischen Integration. Und ich glaube, dass das genau die Konfliktlinie ist, die die CDU auch zerreißen wird. Also ich würde aber mal zumindest eine gute Kiste Bier drauf setzen, dass die CDU dasselbe Schicksale eilen wird. Und wenn ich dann verliere, zahle ich die Kiste auch gern, aber ich glaube, ich werde absahnen. Dann, gerade auch, weil du Sozialpolitiker bist und das innerhalb der AfD und auch öffentlichkeitswirksam sehr breit diskutiert wurde, wollte ich auch da mal deine Meinung wissen zum Thema Rente. Das war ja immer ganz groß, da gab es zum einen das Meuthen-Modell, das ja eben auf eine kapitalgedeckte Rente hinauslief, dann gab es als Gegenpart, das Thüringer Modell, was halt eben am umlagefinanzierten System festhielt und dann auch zum Beispiel auch kontrovers diskutiert wurde, dieser Zuschlag nur für Deutsche, der ja auch im Thüringer Papier drin war und ja, letztendlich hat sich ja dann das umlagefinanzierte durchgesetzt, wenn auch mit einem Passus, dass man ja offen sei für weitergehende Diskussionen. Hast du ein bestimmtes Modell favorisiert und wie ist da ganz grundsätzlich auch deine Sicht der Dinge, wie man das an den Wähler, an den Interessenten transportieren sollte? Also erst mal bin ich, um mal von hinten anzufangen, extrem froh, dass es auf diesem Parteitag kein Eklat gab, sondern dass man sich mit doch recht großer Mehrheit hinter diesen Konsens stellen konnte und das war ja ein Konsens bestehend aus eben das Festhalten an dem Alten und Bewährten und dem Öffnen für Neues. Du hast es ja gerade selber erwähnt, dass sich da durchsetzen konnte mit einer Öffnungsklausel, dass man durchaus in der Zukunft auch über die Umstellung auf ein steuerfinanziertes Rentenmodell nachdenken könnte. Also insofern ist es gut, dass es diesen Kompromiss gab für den Parteifrieden. Auf der sozialpolitischen Ebene sehe ich in Festhalten an dem alten Rentenmodell das Fortsetzen einer an sich gescheiterten Politik, denn das Rentensystem ist nun mal gescheitert und lässt sich im Grunde nur dadurch noch am Leben erhalten, dass ich immer mehr Steuern hinzuschieße. Also der Anteil der Steuerfinanzierung beim gesetzten Rentenversicherungssystem wird immer weiter steigen, das heißt es wird meines Achtens automatisch eine Transformation geben hin von einem beitragsfinanzierten System zu einem steuerfinanzierten System. Viele Leistungen werden auch heute aus Steuern schon von Beitragsleistungen bezahlt, obwohl da nie jemand eingezahlt hat, wenn wir nur an die Mütterrente denken. Das heißt also eigentlich wird das Versicherungssystem torpediert von allen Seiten, ist schon selbst nicht mehr lebensfähig und wird intubiert und kriegt halt regelmäßig aus der Steuerkasse Geld. Da kann man sich dann auch ehrlich machen für mich. Also dann kann man es halt auch direkt umstellen auf ein steuerfinanziertes System. Da bin ich halt grundsätzlich ein bisschen radikaler, weil ich denke, das ist halt das, was mich beschäftigt von Anfang an. Das größte Problem, das wir sozialpolitisch haben, ist die Komplexität. Eine Vielzahl von Leistungen, durch die keiner mehr durchsieht, wechselseitige Abhängigkeiten. Das heißt, ich ändere eine Leistung und erzeuge damit aber bei anderen Leistungen Folgeprobleme. Alles ist nicht mehr aufeinander abgestimmt und das ist nicht meine Wahrnehmung, sondern es ist der Stand auf der Wissenschaft. Wissenschaftler gucken ja auch auf das Sozialsystem in Deutschland und stellen fest, es ist halt in seiner Komplexität gefangen und wird immer ineffizienter, egal wie viel Geld man reinpumpt. Und deswegen bin ich ein Freund von einfachen Lösungen und eben nicht nur bei der Rente, sondern auch grundsätzlich im gesamten Steuer- und Sozialsystem. Aber ich akzeptiere, dass es manchmal Zeit braucht, für seine Position zu werben und da kommen wir zum Framing. Das ist nämlich die größte Herausforderung, politisch Veränderungen zu vertreten, die dann auch noch so gut klingen, dass man sagt, ja das kann ja nur besser sein als das Alte. Da haben wir als AfD noch nicht unsere Stärke ausgespielt auf diesem Feld. Ich glaube, dass wir uns viel stärker tatsächlich mit der Frage auch der Kommunikation auseinandersetzen müssten. Und da habe ich aber die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr kompetente und kluge Leute, in der Partei gibt und dass man sich im kleinen Kreis durchaus zusammenschließen sollte und bei jeder politischen Forderung sich auch fragen sollte, wie framet man das jetzt eigentlich, dass es nicht missverstanden werden kann. Das geht ja nur letztlich darum, Angriffsflächen zu reduzieren, indem ich die Stärken herausarbeite. Und bei Meuthen, der hat den klassischen Fehler gemacht mit seiner Umstellung auf das steuerfinanzierte System. Da konnte man dem Gegner es leicht machen, zu sagen, der will ja die gesetzliche Rentenversicherung abschaffen. Und die gesetzliche Rentenversicherung ist aber das, was vielen Menschen, nämlich den vielen Millionen Angestellten, in gewisser Weise Halt im Alter gibt. Die kriegen nebenlang ein Schreiben von der Rentenversicherung und denken, wenn die AfD an die Macht kommt, kriege ich kein Schreiben von der Rentenversicherung und wenn ich kein Schreiben von der Rentenversicherung bekomme, bekomme ich auch kein Geld mehr von der Rentenversicherung. So einfach sind, glaube ich, die Denkzusammenhänge und da hätte man viel klüger vorher mit umgehen müssen, mit dieser kommunikativ schwierigen Situation. Du hast das Stichwort Kommunikation genannt und da möchte ich jetzt zur letzten Frage kommen. Kommunikation, du bist einer der wenigen AfD-Politiker, die man getrost seiner Schwiegermutter zeigen kann und die dann direkt sagt, das würde ich ja gar nicht erwarten, dass der in der AfD ist. Ja, du kommst ja gar nicht krawallig rüber und das ist auch etwas, was mir so leid getan hat bei deinem Talkshow-Auftritt bei Hard Aber Fair, wo du mit Dingen konfrontiert wurdest, die du so niemals, also von AfD-Politikern, von Parteifreunden von uns, was dir niemals so passiert wäre und was dann natürlich ärgerlich ist, weil man dann eine super Performance auch inhaltlich, sachlich und das musste ja sogar die Altpartei- Konkurrenten zugeben, dass das ja alles inhaltlich stichhaltig bei dir ist, aber das wird dann runtergezogen. Wäre das grundsätzlich ein Wunsch von dir, wenn die AfD eine sachlichere Partei werden würde, also wenn wirklich, wie du es machst, vor allem einfach kommuniziert wird über Sachthemen und Sachpolitik oder siehst du schon auch, dass die AfD ein, ja, die Zuschreibung Populismus dann auch wirklich für sich annehmen sollte und durchaus auch durch Verkürzung, durch Zuspitzung, durch Emotionalisierung der Sprache und der Themen weiterhin ihr, ja, diesen schmalen Grad ausreizen sollte. Also erstmal danke fürs Kompliment, das kann ich ja nur zurückgeben und ich kenne ehrlich gesagt unheimlich viele Schwiegermuttertypen bei uns in der Partei, sie werden halt nur nicht vor die Kameras gezogen, sondern vor die Kameras gezogen werden diejenigen, die uns maximal schaden und das steckt ja auch eine Agenda hinter, also wenn ich mir die Talkshow-Auftritte auch der vergangenen Jahre anschaue, letztlich auch meiner, der zielte doch ganz klar darauf ab zu diskreditieren, denn man sagte mir vorher noch, bevor man mich angesprochen hat, auf den Fall Lüth, für die, die es nicht gesehen haben, also es ging eigentlich um Ost-West-Konflikt, also die sozialen Unterschiede, 30 Jahre nach der Wende und das war aber an dem Tag oder am Tag zuvor, wo der Skandal dann aufkam mit Lüth, mit seiner Äußerung, man müsse irgendwelche Leute vergasen, was auch immer und dann sagte man mir vorher noch in der Kabine, in der Vorbereitungskabine, man hätte überlegt, das Thema aufzugreifen, aber man hätte das zugunsten des Ost-West-Themas nicht getan und ich glaube, damit wollte man mir eine gewisse Sicherheit suggerieren, aber Gott sei Dank war ich da schon sehr skeptisch, als er in die Kabine kam, denn genau das Thema wurde dann doch aufgegriffen, also ich glaube, die wollten mich da aus der Reserve locken und wenn ich sehe, zu welchen Themen unsere Politiker oder bestimmte Politiker vor die Kameras dann gebeten werden, dann ist klar, hier geht es nicht darum, unsere Sachpolitik neutral, über die Sachpolitik neutral zu berichten, sondern hier geht es darum, ein möglichst schlechtes Image der Partei zu pflegen, durch die Personalauswahl, die man betreibt. Wir können also alle, die wir hier, die Schwiegermuttertypen sind, davon ausgehen, dass wir recht selten die Chance bekommen, in der nächsten Zeit vor eine Kamera zu treten, aber wenn wir sie bekommen, dann denke ich, dann sollten wir halt einfach ganz normal sachlich bleiben, weil das auch das Bild konterkariert, was die Menschen ohnehin im Kopf haben, aber wir sollten niemals aufgeben, Populisten zu sein. Ich halte dieser, der Populismus, das ist halt das Zentrale, was uns in die DNA gelegt ist. Wir repräsentieren Wutbürger, das sind Leute, denen geht das Messer in der Tasche auf oder die Ballen, die Faust in der Tasche, da gibt es ja viele Redewendungen, weil halt alles drunter und drüber geht in diesem Land. Von den Löhnen angefangen, über diese ungesteuerte Zuwandlung, die Leute fühlen sich entfremdet in ihren eigenen Stadtteilen, stehen morgens auf dem Bahnhof und denken, sie sind irgendwo in Marokko. Das sind so viele Dinge, wo halt einfach nur noch eine Wut da ist und es ist unsere Aufgabe, diese Wut zu transformieren und den parlamentarischen Prozess einzubringen und am Ende diese Probleme, die dahinter liegen, zu lösen. Und Populismus, das ist vielleicht, das ist eine Art zu kommunizieren, aber es ist eben auch das Angebot einfacher Lösungen für komplexe Sachverhalte und wenn jemand sagt, das geht nicht, dann ist es schlichtweg Unsinn. Ich kann eine Grenze schützen, das machen 180 andere Staaten auf der Welt auch und wenn jemand sagt, das ist eine Lösung, die ist zu einfach, dann muss man ihn einfach nur darauf stoßen, dass das in anderen Ländern ja offenbar möglich ist und dass man viele Probleme, die wir haben, sei es bei der inneren Sicherheit oder sei es bei der Sozialpolitik, dass die in anderen Ländern als schlichtweg nicht vorherrschen, weil sie ihre Grenzen schützen. Das ist aber nur ein Beispiel, da kann man ja viele bringen. Also wir müssen in der Kommunikation unterscheidbar sein und zwar im Ton, das heißt, es muss auch eine gewisse Radikalität da sein im Ton, aber vor allem muss sich die Radikalität im Ton decken mit den inhaltlichen Forderungen. Das heißt, wir müssen eben auch Forderungen haben, die sich deutlich absetzen von dem, was andere so anbieten, was uns Gott sei Dank recht leicht fällt. Ja, lieber René, dann bedanke ich mich dafür, dass du dir jetzt Zeit genommen hast. Ich bedanke mich für diese schöne Diskussion, auch herzlichen Dank an die Zuschauer hier und dann übergebe ich zuletzt an meinen Kollegen Nils von meiner Seite auf jeden Fall herzlichen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke dir auch und euch auch. Ja, Carlo, du hast eigentlich alles gesagt von mir auch nochmal. Vielen Dank für das lockere, konstruktive Gespräch und ja, ich hoffe, dass ihr, die jetzt hier zugehört haben, auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid und wir kündigen das auf jeden Fall zeitnah an und ja, wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao. Herzlichen Dank auch dir, Nils. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschau. Das Basislager ist der Ausgangspunkt des Gipfelsturms. Der Ort, an dem man sich seine Ausrüstung zusammenpackt, zu dem man nach Kräftezere in der Tat zurückkehrt und wieder erstarkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.